Ja, es tut richtig gut, wenn man das Gespräch heute vergleicht, mit jedenfalls ich sage, da war ich im Umgebung gesessen, wie man heute die Kollegen da so hört drauf, das sind ja auch der halber, ich finde ich. Also, ich bin jetzt sehr zufrieden, was mir halt wirklich am Herzen liegt und was sich in der Gemeinde ändern muss, ist, dass man viel mehr vom Ende her denkt, dass man vorausschaut, nach Plan, dass man überlegt, was passiert, wenn ich einen bestimmten Schritt unternehme, wenn ich ein Gewerbegebiet ausweise, wenn ich ein neues Baugebiet ausweise, was kommt da hinten raus, wo führt das hin, wie viele Kindergartenplätze brauche ich, wie muss ich meine Schule entwickeln. Dieses vorausschabende Denken, das geht mir zurzeit in der Gemeinde viel zu sehr ab und das ist auch immer einer der Gründe, warum ich kandidiere. Was ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, wenn wir es bei langer Reise auf unsere Finanzen besser werden. Aber jeder hat gesagt, wir müssen nachhaltige Finanzpolitik betreiben. Eine Gemeinde, die finanziell keine Spielräume hat, die kann nichts machen, die kann keine Mehrgenerationenhaus bauen, die kann nichts machen, die kann kaum ihre Aufbauaufgaben erfüllen. In langer Reising müssen wir die Finanzen, und ich sage es nochmal, durch gutes, nachhaltiges Wirtschaften in Ordnung bringen. Das geht, das machen andere Gemeinden auch, aber das müssen wir damit nicht schaffen. Und das dritte, der dritte große Punkt, dieser große Punkt, öffnet offene Bürgergesellschaft, wir müssen aufhören, in geheimen Gemeinderatssitzungen in der Deutschlandentwicklung zu betreiben. Das ist, was das in der Öffentlichkeit gehört. Es gibt bestimmte Punkte, die in geheimen Sitzungen behandelt werden müssen, aber ganz, ganz viele Punkte müssen in der Öffentlichkeit, müssen die Bürger beteiligt werden. Wir brauchen eine offene Bürgergesellschaft, eine offene, gute Demokratie. Das sind nur wieder drei wichtigsten Punkte.